Hallo liebe YouTube-Gemeinde! Hallo! Und willkommen to Let's Play Together Pass of Exile Episode 21. Wir sind genau da, wo wir gestern aufgehört haben und schauen mal, ob wir hier das schaffen können. Wo ist ein Gelber? Hier ist auf jeden Fall irgendein Questgegner, ein schwerer. Ja, ich bin gespannt. Ohohoh! Oh, spürt ihr es? Oh, unsere Woz! Ja, Bau-Waus. Der ist mit dem Brea. Ja, die haben noch nicht. Ach Gott, das war ein Bau-Waus. Das sind Eismonster, die müsst ihr mit Feuer bekämpfen. Feuer kann ich mal haben. ein ding ich hab alles im angebot außer frost okay frost habe ich massig weil ich so schön wo der feuer weil der fliegt so langsam er fliegt so lang so wahnsinn hier unten ist der eingang da ist ein eingang ja aber wo geht der des ticket wir müssen hier ist auf jeden fall hier müsste müsste ein quest gegner sein und ein portal das muss man in jedem fall und bier hat das ein bär gefunden hier auch ein hoch ich will auch ein asterix und olex wir sind viel zu schnell tot bis der den feuer weil gezaubert hat ist die kämpfe schon längst vorbei und dann fliegt er noch so langsam da ist er war unten eingang zu irgendwas da gehen wir auch mal direkt rein hier sind hier ist der wohl ein okay damit redet am besten ich aber bereitet euch schon mal vor ich mache hier draußen ein portal auf das dürfte nämlich hier unser eine falle sein sehr undemütig ja das sieht tierisch aus sie ne falle ne hm ah okay okay if you chose to kill or you cannot change your mind if you help him you will be uh permanently gained plus 45 to life you will have to fight any party members who don't slide with you ähm wir wollen den killen oder ihr müsst mit dem reden und dann müsst ihr ihn auf killen kill auch jawoll man killen oder also wir töten was willst du mit 45 live ist doch nix für den tie driver für mich wäre plus 30 prozent leben aber ich ziehe 171 ab nein wie viel leben hast du ich leben ja viel ähm 298 also ist halt jetzt die frage wollen wir ihn killen oder nicht ach komm action killen ja komm action kill auch lass ihn killen den abm ja dann müsst ihr auf kill kill him heidra du musst ihn anklicken und sagen du willst ihn killen hab ich doch oh achso waiting to vote waiting to vote kill oak kill him oh ist das schön wenn man flächen zauber spusche hatte hä ey bleib doch von der pelle du oh oh ah das war der oak ich bin schon gewundert oh der hält aber einiges aus der oak da ok pipi au mein rum ach wenn der mensch dann mehr mana hätte da ey der hält ja richtig aus der acer auch noch einen treffer hat mich tot äh portal oder Ja, dann musst du doch schon durchs Portal gehen. Mal verlangsamt den Kerl. Er hebt ja wie ein Laubfrosch. Ich kann da gar nicht rein, was soll denn scheiß? Hier ist zu. Okay. Geh wieder in die Stadt durch das Portal. Oschel, mach ein neues auf. Hab eins. Ja, beeil dich, der Oak ist ungemütlich. Ich komme nicht hier rein. Nein, du musst in die Stadt und dann das Oschel-Portal benutzen. Hab ich doch. Ach so, ist das im Wanderen. Das ist hier drinnen. I'm Oaky. Er hebt die Laubfrosch, beeil dich. Ich habe keine High Potions mehr. Ich komme trotzdem draußen raus. Moment, ich mache ein neues auf. Ach, scheiße. Oschel, geh mal kurz durch dein Portal durch. Gleich, Moment. Äh, ne, wieso? Dann kommen wir ja nicht mehr rein. Bei den Oaky-Kübeln. Nein, ihr müsst da durch meins gehen. Du musst deins gleich schließen. Oschels Portal, Helis Portal. Oh, deins ist noch draußen. Meins ist jetzt drinnen. Oh! Ich bin draußen. Mach da. Du musst... Ich darf auch mein Leben. Der Oaky hüpft mir nach. Ich bin auch draußen. Oschel. Oh, scheiße. Ne, mir kommen draußen nur ran. Oschel, du musst ihn töten. Ah, nett. Ich habe kein Leben und keine High Potions mehr. Ist dir das bewusst? Äh, iiih, der Kerl mag mich nicht. Boah, ich kann doch nicht mal mehr... Wahrscheinlich ist der unschaffbar vielleicht. Extra so gemacht. Ne, der hat ja schon fast nichts. Ja. Es so rekt. Es ist mein erster Tod. Oh nein. Ne, jetzt müssen wir nochmal den Kill Oak. Kill Oak. Kill Oak. Äh, Oschel, du musst auch nochmal reinkommen. Okay, ich bin aber hier jetzt drinnen. Ja, jetzt ist die Tür aufgang, wo du auch kurz warst. Ja, jetzt ist ja auch offen. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass bringt nichts... Äh, äh, hier liegt nichts... Oschel, ich warte auf euch. Ja, ich hatte kein... Äh, kein Pauschel offen. Ja, hier ist keiner mehr. Hier ist keiner mehr. Wie, hier ist keiner mehr. Wir stehen doch eigentlich hier. Wir stehen doch hier. Hier, steht doch, Alter, der Typ. Mit den Fallen im Kopf. Oh, scheiße, ich habe aus Versehen mit dem gequatscht. Ja, du musst mit dem gequatschen. Äh, help Oak, kill Oak. Kill Oak, close, kommt schon. Ich kill den Oak. Nein, wir schaufen hier. Ow! Oh, ich schaufe. Wenn der nicht so hüppe wird, wäre der längst Toast, ey. Ich meine, der Grashüpfer. Ich fuhre schon leider verlangsamen, aber irgendwie hat der... Die Grashüpfer verlangsamen. Mensch, der hüpft wie ein Laubfrosch. Der ist doch mal stehen, ey. Na, ich hab was... Ich hab kein Leben mehr. Ow. Gut. Er ist fast down, er ist fast down. Ow. 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 Er ist fast tot, Mensch. Er wird ja noch kriegen, ey. Ow. 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 jawohl fast mein letzter trank der hat nicht mehr viel er ist fast tot ja das ist fast nicht mehr zu sehen dem sein das war jetzt auch wirklich für mich knapp heile scheisse ey oh man ey heile witzka ey heile witzka der abbitteen aber das war mal dann wir ja jetzt wenigstens er geht es mal rund und oh schande ey ach du scheisse ne 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 ich geh mal kurz einlagern ach Moment also das war das war ja mal ein Ding das hier ja wie ein laufvorsteckerl das war ja wirklich mal was so ich quatsch mit den typen noch nicht ich geh erstmal zurück und geh noch ein paar sachen holen aber ist ja schon alles weg oh man einmal die kiste die kiste begnügen hier für tausch items heiliges 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 fliegen wenigstens noch ordentlich im gegensatz zu meinem magischen kram ach ja sooo aber das war endlich mal ein richtig schöner kram geh dir mal durch den ah ne Moment jetzt muss ich mal kurz gucken also wir gehen jetzt am besten oben nicht weiter sondern machen für diese quests äh die zwei anderen punkte noch äh die nötig sind um diese quest abzuschließen ähm ich würde mal sagen wir tun uns jetzt zu dark forest gehen wir dann müssen wir hier waypoint ich hab mal mit jedem gequatscht hier waypoint und dann dark forest wir müssen ja alle drei von diesen typen töten da gibt es drei von da gibt es drei von banditenkönige aber hier müsste der schwerste gewesen sein äh deal with the bandits dark forest auf sie mit geprüft und wir machen für heute schluss und sehen uns morgen wieder tschüss gegen das mit dem